Wir starten bitte den Ton. Heute haben wir unseren Regisseur geprankt und in Absprache mit dem Team eine Rote-Rosen-Szene komplett anders gespielt, als es geplant war. Es gibt nämlich etwas Neues, was Lara, Maria und Jelena euch zeigen möchten. Los geht's! 71.04 A.1. Die Erste. Seid ihr bereit? Sorry. Dann Achtung und bitte. Hey, bleibt mal hier. Wir lassen die Gläser klingen, gefüllt mit einem leichten Cocktail, den ich zuvor gezaubert habe. Zu später Stunde stoßen auch Britta und ihr Freund Hendrik dazu. Was macht ihr denn da? Das steht hier so nicht drin. Ruhe bitte! Und bitte. Der Roman zur 18. Rote-Rosen-Staffel ist jetzt auch als gebundenes Buch erhältlich. Und alle weiteren Informationen dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Boah, hier! Und nun arbeiten wir nicht nur Seite an Seite, sondern leben auch unter einem Dach. Von Carla wiederum habe ich erfahren, dass ihre Freundin Britta die Schwester meiner Chefin ist. Das ist gut. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020